und damit willkommen zu einer weiteren folge super mario maker oder sage ich besser gleich eine neue aufnahme weil das letzte mal haben wir bei der 100 mario maker herausforderung beim siebten level aufgehört und wollen das weitermachen ja vielleicht schaffen wir es ja ich meine so ziemlich die hälfte habe ich und ich habe noch mehr als die hälfte erleben machen wir einfach mal weiter und hoffen dass wir level bekommen die nicht krebserregend sind weil die soll es auch gehen wir sind ja ok gut das achte wer die hälfte wenn wir das schaffen die musik gerade ganz komisch von gut die kleiner mario ok was heißt das müssen wir damit warte warum hilfe bis mich das habe ich nicht gesehen ok ich dachte ich muss jetzt so aus dem hoch springen aber gut verstehe das wird ein schnelles level aber nicht unmöglich wenn man es kennt ja okay das hätte ich sehen können aber halt auch erst dann und dann ja wo muss ich ihn ich glaube da war okay ach du scheiße das gefällt mir nicht was da muss ich durch sprinten ok durch hier runter was ich bin gerannt ist hier bis hierhin komme ich ja jetzt schon manchmal ich habe fast verkauft weil das ist einfach rennen dann springe ich hier rauf und von hier darüber so einfach kann das sein ja ok und was kommt jetzt um mich zu töten ich habe es einfach geschafft ich habe nur in einen sprung nicht geschafft ich habe mir das leben holen soll ich frage mich ob da oben noch ein sekret gewesen wäre ja level 9 new supermodel ross technik tutorial und comments technik tutorial das gefällt mir ach so wegen dafür stehe nicht doch ok den trick konnte ich den trick kannte ich ob das war das macht sogar spaß unglaublich hier muss ich den jump machen ok ok verstehe haha lol das gefällt mir das cool was kommt jetzt bitte nicht töten ok ich verstehe haha ok ich bin mir unsicher den langsam habe ich ja den verstehe ich nicht die 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 ich okay ich glaube so ist es so ist es muss hoch springen und dann ja 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 da kommst du nicht dagegen ja 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 bitte keine scheiße mehr da wird erklärt wo ich alles dran abspringen kann okay ja okay da kann ich nicht von abspringen das verstehe ich und bei feuer auch nicht jetzt gedacht wenn ich da hochgehend sterbe bin ich sauer also leck mich ich verstehe was ich machen muss ich kriegst du es nicht wirklich hin ich kann noch von den dingen abspringen oder nicht ich weiß es ja okay verstanden damit jojo das kommt hier raus ich habe geschafft okay aber ein paar interessante tricks dabei die ich in meinem level nie verwenden werde weil die tricks kann halt nicht jeder das schade aber ist nicht erklärt das ist ganz gut gemacht man kommt selber drauf sogar ich bin drauf gekommen kriegst du ganz gern mal gut level 10 level 10 protection ok kriegst du ganz klein klicken protektion das ist schacheln habe ich gewusst steht keine ahnung ich darunter komme ich muss aber noch rechts weiter ich will doch hier ein pilz nehme ich mir das war auf möglicherweise ich verstehe was ich machen muss ich verstehe was ich machen muss ich mache es bloß nicht weil ich super kann ich mir noch mal ein helm holen wir noch mal so ein ding holen weil ich sogar einen brauche jetzt muss kein kuba damit umbringen das kann ich hier entlang und bin glücklich in meinem leben ja langweilig ok verstehe wie lange ist das jetzt ich habe angst nein habe ich fast gestorben habe ich noch ein leben abgesnackt da habe ich noch ein leben abgesnackt wie ein profi junge neuer jetzt bin ich wieder über 60 ja am anfang des parts kann das sein